Es gibt immer wieder größere Aufgaben und Projekte, die man eine längere Zeit vor sich her schiebt, weil man nicht genau weiß, wie man sie anpacken soll. Wenn man solche größeren Projekte über die Outlook-Aufgabenliste organisieren möchte, macht es Sinn, im Notizfeld einen kleinen Projektplan zu erstellen mit den einzelnen Arbeitsschritten, die für das Projekt durchlaufen werden müssen. Hier auf meiner Liste gibt es zum Beispiel die Aufgabe Anschaffung neuer Mail-Server. Das wäre für mich ein solch komplexes Projekt, bei dem mehrere Schritte durchlaufen werden müssen. Ich öffne daher mal diese Aufgabe und wir sehen, dass ich dort eine kleine Tabelle eingefügt habe mit mehreren Teilaufgaben und jeweils einem Datum, bis zu diesem ich diese Teilaufgabe spätestens erledigt haben möchte. Im Betreff sehen wir jetzt nochmal das Projekt Anschaffung neuer Mail-Server und der nächste Schritt wäre gewesen, Entscheiden und Auftragsvorgabe. Am Ende kann man noch die Deadline sehen, bis das Gesamtprojekt umgesetzt werden soll. In unserem Fall haben wir den 11.02. und ich habe heute bereits die Entscheidung und Auftragsvorgabe abgeschlossen, auch wenn diese eigentlich erst bis zum 27.02. erledigt hätte sein sollen. Das heißt, ich kann diesen Teilschritt als erledigt markieren und durchstrechen und jetzt kommt der nächste Schritt, Installation. Das heißt, ich kann hier oben im Aufgabenbetreff die Installation als nächsten Schritt notieren und kann mir jetzt überlegen, bis zu welchem Fälligkeitsdatum ich dort die nötigen Schritte unternehmen muss. Bis zum 18.02. soll auf jeden Fall die Installation abgeschlossen sein, da ich aktuell gerade viele andere Aufgaben habe, würde ich mich jetzt hier in diesem Fall für den 4.02. entscheiden, die Installation vorzubereiten, damit dann die nächsten Schritte und schließlich auch die Deadline am 3.4. noch rechtzeitig eingehalten werden kann.